Ja und damit einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Bartolo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind auf dem Weg nach München mit unserem Firmenfahrzeug. Schön Volkswagen. Und naja, eigentlich ist es ja unser geplantes Begleitfahrzeug, aber darum sollte es heute nicht gehen. Ja, ich werde euch heute, oder ich werde euch das neue Projekt heute vorstellen, das ab dem 23. quasi dann für die Neulinge, Leute, die gerne ADR-Fahrt machen, werde ich euch da ein neues Projekt vorstellen. Petition an sich haben wir jetzt schon länger, also München expandiert, bloß jetzt hat es halt eine schöne Umbauphase stattgefunden, da jetzt offiziell jetzt auch Tankträder im Spiel hinzugefügt worden sind, haben wir natürlich auch das DLC von Feldminder. Ist nicht zwingend erforderlich, aber kurz am Rande erwähnt, für die Leute, die gerne das Spiel kennenlernen möchten und natürlich nur in Deutschland rumfahren möchten und natürlich das ganze ein wenig einfacher haben wollen. Speziell in München haben wir da eine Aktion, 500 Kilometer anspricht quasi zwei 15 Minuten, 20 Minuten. Habt als Probefahrer zwei LKWs zur Auswahl, einmal ein einen Renault HIT, also einer der neueren, und einmal einen MAN Euro 6 Varianten. Beides mit Standard-Skin, um für die BASF zu fahren, also quasi BASF. Original im Spiel ist es die WGCC in München. Und dort habt ihr die Möglichkeit quasi für die Firma dort zu fahren. Wie schon angekündigt, 500 Kilometer in Deutschland. Oder ihr könnt auch sogar noch mehr fahren, also es ist keine begrenzte Anzahl. So, da sind wir auch schon in München angekommen. Hier ist auch schon die Firma, wo ich durch Stand fahren möchte. Oder wo ihr dann quasi fahrt, für die BASF. Kleiner Auto umbringt, Hof. Also nichts Auffällendes, wie gesagt, Standardkarte. Wie es sein soll. Jo, dann fahren wir mal zum Hof. So, sind wir auch schon gleich da. So, verfolgen wir mal. Da ist es schon. Unser schönes Schild da oben. Pff, frisch gebaut. So. Und da wären wir auch schon bei einem guten Stück. In München. Zu unserer ersten Vorstellungsrunde ist quasi der Renault T mit 380 PS. Standort München und mit einem Auflieger. Das Feldbinder TSA 32.3.1 LM. So. Der zweite LKW ist der MAN TGX Euro 6 auch. Naja, weniger als 330 PS. Also die Standardausführung. Steht natürlich nicht in Stuttgart. Sondern ist quasi schon hier in München. Und hat den Auflieger, den Feldbinder TSA 22.3.2-1 ADR Feldbinder. So. Das waren die zwei Gefährten. Über den Punkt Disposition können wir quasi für euch, je nachdem, wo ihr seid, was ihr fahren möchtet, Chemikalien oder wie auch immer, euch Touren zufügen. Also speziell wenn ihr jetzt Deutschland habt, werden wir quasi uns für München entscheiden. Also quasi kann man auch hier eine bestimmte Kategorie. In dem Fall WGCC für die BASF. Wir würden zum Beispiel jetzt auch in Deutschland bleiben. Ziehen uns nach Rostock hoch und bringen das Ganze zu der Firma ICC. So. Und so werdet ihr quasi dann von uns disponiert. So funktioniert auch die Disposition. Und habt dann quasi auch über den Trigger, den ihr dann auch aktivieren müsst, kriegt ihr das quasi dann auch hinzugeschickt. So. Dann senden wir uns das Ganze mal zu. So sieht es dann quasi aus. Im Trigger-Book-Client angekommen. Gehen wir auf Disposition. Hier steht auch Chemikalien nach München. Das laden wir auch. Zufügen. Auftrag wurde vom Profil zugefügt. Hat aber eine Ablaufzeit von quasi 12 Stunden. Und natürlich hier die BASF. Ich hoffe euch hat diese Vorstellung von diesem neuen Projekt der NTK gefallen. Und würde mich gerne herzlich darüber freuen. Auf eure Rückmeldung. Vor allem was die Feldbinder, die einzelnen Punkte da zu stehen. Die Namen, die Bezeichnung. Und ja. Wenn ihr euch gerne bewerben möchtet oder euch das anschauen möchtet, dann folgt gerne den Link in der Beschreibung. Und ja. Ich bedanke mich bei euch. Und bis zum nächsten Mal. Euer Bartolo.